Liebe Freunde, Seid herzlich willkommen bei der Resonanz-Therapie mit Herrn Pavlos. Dies ist eine Methode, bei der ähnlich wie bei den tibetanischen Schalen Vibrationen von einem Körper in den eigenen Leib, wir sprechen vom Leib, wenn es lebendig ist, und vom Resonanz-Körper, wenn es aus Stoff, hier in dem Fall aus Holz ist, oder die tibetanischen Schalen aus Metall. Und ähnlich wie am Prinzip der Elektrotherapie, des Ultraschals, der Wärmetherapie, elektromagnetische Strahlung oder Wellen werden in den Leib geleitet, um dort heilsame Wirkungen zu entfalten. Und zu dem Zwecke habe ich mir über Jahre Gedanken gemacht, und nicht nur Gedanken, sondern auch Töne. Ja, und habe ich also über langjährige Praxis die Erfahrung gemacht, dass das Anlegen des Resonanzkörpers der Gitarre an die Stirn, ganz schön in den Kopfraum resoniert, dann an die Nasenwurzel, in dieser Lage, vermehrt die Nasenhohlräume beeinflusst, das Anlegen an den Raum zwischen dem Unterkiefer und der Brust, sehr wohl in den Rachenraum und auch über die Unterkiefer in Richtung Triggerminusnerv, ja, ins Gesichtnerv. Gut, und Herz und inneren Organe der Lunge direkt am Brustbein angelegt. Im Bauchraum natürlich, für die Bauchorgane, die Rippen und so weiter, können wir direkt am Rippen gehen. Und am Beckenraum werden direkt an die Beckenknochen angelegt, bis in die Nieren nach unten kriegt, im Beckenraum oder unten ganz am Schambein. Direkt in die Geschlecksorgane, in die Blase, positiv beeinflusst. Eigentlich sind keine Grenzen gesetzt, ihrem Erfindungsgeist, weil sie können zum Beispiel Kniescheiben so machen, die Schambeine, es wird sie schon das Bedürfnis, nachdem, wenn sie dem Verfallen, wie ich verfallen war, nach einer Zeit lang, den verschiedenen Möglichkeiten, gut, dass der ganze Körper irgendwie berührt werden kann, mit Vorliebe an den knöchelnden Teilen, wie hier oben im Sitzen zum Beispiel, wo hier zwischen dem unteren Schädel und den ersten Rippen oder dem zwölften Brustwirbelfortsatz, Prozessus, Spinosus, also gewisse Erkenntnisse der Anatomie sind nicht vom Schaden hier oder die ganz angenehme Lage zur Stimmung der Gitarre-Einstimmung des Leibes hier zwischen dem unteren Kieferknochen, ja, so, und gleichzeitig mit der unteren Karte an dem Brustbein, also ganz schön diesen Kopf-Brustraum gleichzeitig und man kann hier den hinteren Knochen ganz schön anlehnen, mit Druck auch. So, wie wird das gestimmt? Es wird gestimmt so, dass Sie einfach einen Ton auswählen und hören zu, ob es Ihnen, Ihnen persönlich, gerade dort, wo Sie sind, gerade an diesem Tag, gerade zu dem, zu dem Spang, oder zu dem Problem, das Sie haben, ob es günstig beeinflusst. Das ist das Entscheidende, nicht irgendwie eine mathematische oder eine musische Theorie, wie das sein soll, oder Ratschläge von anderen. Völlig unwichtig, Sie wollen Ihren eigenen Leib einstimmen, ja, dass er wieder in Übereinstimmung mit der Lebenskraft ist. Okay, machen Sie einen Ton und dann der Übergang zum Zweiten und diese Relation soll auch stimmig sein, ja, und danach entscheiden Sie das. Ich habe das schon gestimmt für mich, ja, also machen Sie eine Stimmung und dann den Dritten soll wieder stimmig sein. Kann an Tagen variieren, an Ihrem Zustand kann es variieren, ja. Machen wir das also anstimmen, diese Möglichkeit, dass Sie dabei Vokale auslassen, ja, ist auch durchaus berechtigt, weil wenn Sie das zum Beispiel hier bei Stimmbänden anlegen, dann kann das sogar sehr positiv Ihre Stimme beeinflussen. und diese Vokale bringen dann aus dem Körper auch eine gewisse Spannung, genau im Prinzip der Vierenergetik, nicht wahr? es sind alle Spannungen, alle Traumata, was hier eben in der Seele war, ist auch im Leib irgendwie verknotet und durch dieses herausvibrieren, ja, kann es auch mit Gesang, kann auch heftig werden, wenn Sie an ein heftiges Trauma, dann wird das mal einfach so auch Aber grundsätzlich liegt es hier nicht an den Akkorden, sondern an den spontanen Zupfungen, ja, und an dem Hören, was es macht. In der heutigen überstressten Lage ist sicher das häufigste eine langsame negative Zupfarbeit an der eigenen Seele über den eigenen Leib, ja, aber sicher kennen wir alle Ekstasen von den Gitarristen, also, die dann also und so weiter, der Raube Ich ist etwas auch, das hat damit zu tun, dass diese Rockgitarristen entweder sehr lange oder sehr kurz lebendig sind, je nachdem, welche Kräfte wieder in ihr Leib leiten. So, um das interessant zu machen, diese Therapie, Resonanztherapie mit Gitarren, Herr Rospavlos, eine kleine Geschichte, ich war auf Kreta neulich, in Rettimon, und da habe ich die Tare ständig mit, weil sie ist ein guter Begleiter, denn die Musik ist ja international, sie kommen leicht immer ins Gespräch, wenn sie irgendwo diese Improvisation machen, und auch an den Kraftorten, am Meer, am Fels, am Strand, Brewery Beach, oder dann so auf dem Dic-Ti-Berg, oder was auch, im Lasseti-Platon, im All herrscht eine andere energetische, bis geomantische Stimmung, und zu der entsprechend können sie sich einstimmen, und dann komme ich in diesen Laden eines Lautenherstellers, weil mich die Instrumente sehr interessiert hatten, und nach einem gemeinsamen improvisatorischen Spiel hat er mir gezeigt, dass die, dass die kretischen, ur-kretischen Lautenspiele im dionysischen Rausche digital anbeißen, und in der Tat, das geht wirklich durch, das geht über die Zähne in den Trigger-Minus-Nerven, kriecht hier an den Augen her, und so weiter, und macht ihren Kopf ganz zu einem Vibrationskörper. Wesentlich ist, dass sie wirklich sich dabei wohlfühlen, dass sie also auch ihre, das ist ein enger, Lagerungsraum hier, aber wenn sie im Bad liegen, oder im Bette, dann stellen sie sich durch den Kopf unterlagern, ja, und die Beine, möglicherweise auch den zupfenden Arm, ja, der ja, in dieser Lage, aber am meisten wird das in der entspannten Rückenlage gemacht, dass der so, damit er nicht hier gehalten werden muss, was zur Krampfung der Schultermuskulatur führen würde, denn sie wollen ja auf eine endlose Reise sich begeben. Ich habe das vor ungefähr sechs Jahren entdeckt, diese Form der Selbstheilung durch Resonanztherapie, und heute ist es nicht selten, dass ich ganze zwei Stunden oder so verbleibe bei diesem, Resonierung ist wirklich eine gute Wagerung wichtig, ja. Im Bett kein Problem, im Wald findet sich immer ein Stück Holz, oder sie haben einen Rucksack mit, ja. Am Strand kein Problem, genug Sand, dass sie formen können, und so weiter. Also wer Interesse hat, kann sich melden, Sie können sich wundern, nach einigen Jahren von solchem Improvisieren, wird die Seele befreit, und Sie sehen Bilder, muss gucken, und bald kommt ein Patient, Sie sehen Bilder, die Sie dann besingen können, beschreiben können, mit ihrem ruhigen, melodramatischen Gesang. Die zwingen nicht, wenn nichts kommt, kommt nichts. Es bleibt bei der Improvisation, vielleicht mit zwei Händen manchmal. Und es kommt zu diesem vokalischen Singen, zu diesem mantrischen Singen, wo auch die kindliche Seele, oder die jugendliche Seele, wenn die Flügel an den Tönen ausbreiten kann, oder schließlich, wenn die Bilder so massiv sind und so wichtig sind, sie persönlich, nicht für das Publikum, Publikum ist ihnen egal, zu einem basischen Gesang. mit zwei Händen, mit zwei Händen, die Flügel und die Flügel und den Tönen und die Flügel und die Flügel und die Flügel. Melodramatische Gesang, das immer geht zum melodramatischen Erzählen. Das weit und breit in den Königlichen Haulantrier war, zu hören, das Melos, Melos, sprich Melodien. Und Rhythmus, sprich Rhythmus, kann das auch dramatischer werden. Mit der Zeit, wie Sie Ihre Seele besser mit der Melodramatischen Zeit. Dann kann das dramatisch werden für Sie, okay. Sie sehen, die Möglichkeiten sind unzählbar, weil in diesem Bereich des seelischen Arbeitens und leiblichen Arbeitens die Zahl eigentlich nichts bedeutet. Denn mit Heidegger gesprochen, sind Sie nicht nur einzigartig, sondern einzeln. Ein Individuum, ein unteilbares, unnachahmbares, eigentliches Wesen, wächst um Sie herum, wenn Sie da zutfallen werden. Sie werden sozusagen übereignet in den Strom des eigentlichen Geschehens. Und das philosophisch-erkenntnis-theoretisch auf die fundamentalste Ontologie zu stellen. Wir sind also herzlich eingeladen zu der Resonanz-Therapie, die gegen Burnout, eine der besten Therapien, der verständlich ist. Denn was brennt da aus eigentlich beim Burnout? Und die Seele ist es, die wiederum über den Leib diesen neuen Stoff bekommt, dieses neue energetische Etwas, das wieder dann zündet die Lust am Leben. Denn das ist sicher nicht Fitness, der mechanischen Art, das ist sicher nicht die genügend Motivationstraining, der wieder den Willen zur Macht peitscht. Sie kennen sich aus einer Erschöpfung, aus einer Ermüdung, aus einem Burnout, aus einer Melancholie, nicht mit Willen befreien, sondern nur durch Liebe. Wenn er nicht der Wille gibt, der Menschen nur seine Hiebe, dagegen sanft mit Melos und Rhythmus, streich über ihn die Liebe. Und jetzt ist es soweit, trotz allem Melos zu eurem Rhythmus, den ich habe Patienten. Also, bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.